Es ist immer noch kalt in Deutschland. Sieht man das? Ich weiß nicht. Heute Nissan GT-R Getriebeservice. Was wir genau machen und was da jetzt vielleicht noch zusätzlich reinkommt mit ein paar kleinen Modifikationen, das zeigen wir euch gleich. Jetzt haben wir hier das Selektionsbord. Und wie man sieht, haben wir jetzt hier auf den Kolben schon diversen Abrieb drauf. Also hier auf den müssen wir von der anderen Seite mal gucken. Ich drehe den mal ein bisschen leicht, dann sieht man das hier. Der dreht sich automatisch zurück. Hier sieht man den Abrieb. Die sind magnetisch, die Kolben, der jetzt durch die Zahnräder letztendlich entsteht. Hier ist auch noch ein bisschen was drauf. Also das werden wir jetzt natürlich alles säubern und reinigen und auch ein paar Sachen verbauen, damit nicht mehr so viel Abrieb entsteht. Was das genau ist, das sehen wir gleich. So, der GT-R hat 35.000 Kilometer runter und wir sehen jetzt hier, das ist der große Panelfilter, was hier an Dreck tatsächlich jetzt noch drauf ist. Also das ist richtig dicker Schmotter noch drauf. Hier ist der alte Originalfilter, der angeblich ein Autoleben lang halten soll. In den Rillen findet man jetzt auch noch ordentlich Abrieb. Wir ersetzen den jetzt durch einen wiederverwendbaren Filter, der auch sich reinigen lässt. Das ist ein Vollmetallfilter und natürlich einen neuen Dotzon-Panelfilter, der jetzt hier reinkommt. Ist letztendlich von der Bauform identisch zum alten. Also da ist jetzt nichts großartig anders. Aber sollte man natürlich ersetzen, weil wie gesagt, der ganze Dreck, der jetzt hier drauf ist auf dem Filter, der ist natürlich dann weg. Raus aus dem Getriebe, das ist immer wichtig, weil hier sieht man auch noch schön den Abrieb drin. So, Getriebeöl ist wieder drin. Was haben wir jetzt genau gemacht? Wir haben klar das Getriebeöl gewechselt, wir haben den kleinen Filter gewechselt, den großen Filter gewechselt und wir haben auch noch Clips eingebaut. Dotzon Clips von Dotzon Motorsport und zwar verhindert diese Clips, die zwischen diesen Kolben sitzen, die ich euch vorhin gezeigt habe, wo der ganze Dreck drauf saß. Da in der Mitte sind so kleine Vierecke und die verschleißen ganz gerne. Um diesen Verschleiß zu vermeiden, werden von Dotzon so kleine Spangen drauf gesetzt, die verhindern das quasi, dass die Kolben sich unnötig drehen. Drehen die sich nämlich, dann geht das Getriebe in den Notlauf und man kommt nicht mehr von der Stelle. So, das haben wir natürlich auch noch gemacht. Wir haben eine neue Öleinfüllschraube und eine neue Dichtung Ölablassschraube. Und was wir jetzt noch machen müssen, wenn wir das Selektionsboard jetzt gereinigt haben, ist die Kupplung neu anleeren. Das geht natürlich nur mit einem speziellen Tool. Das kann natürlich jede Nissan High Performance Center machen, nicht jede Nissan Werkstatt. Oder man hat ein Ecotec Programm und kann es halt damit auch machen. Wir müssen jetzt noch ein bisschen warten. Wir haben jetzt aktuell 46 Grad Getriebeöltemperatur. Der Anlernprozess der Kupplung funktioniert nur im Temperaturbereich 50 bis 85 Grad. Müssen wir kurz warten. Dann dauert das ungefähr 5, 6 Minuten, bis die Kupplung neu angelernt ist. Da werden die Touchpoints nochmal kontrolliert, neu eingestellt. Und dann ist das Fahrzeug fertig für die Auslieferung. Ja, das war's. Falls ihr Fragen habt, was das kostet, etc., ruft uns an, schreibt einen Kommentar meinetwegen oder eine E-Mail. Das sagen wir euch dann schon. Ansonsten verbleibe ich erstmal. Bis zum nächsten Video. Eutino. So, ich zeige euch nochmal kurz den Anlernprozess. Die Getriebeöltemperatur hat jetzt 52 Grad. Und jetzt müsst ihr so ein bisschen auf den Getriebeöldruck achten. Ich starte jetzt mal den Anlernprozess. So, geht jetzt los. Dauert einen Moment. Und dann werdet ihr sehen, dass der Getriebeöldruck gleich stark anfängt zu schwanken. Im Getriebe hinten hört man auch so ein leises Klack-Klack immer. Da wird quasi die Kupplungen durchgeschaltet. Jetzt habt ihr das schon gesehen. Jetzt fängt es so leicht an zu schwanken. Ja, jetzt. Jetzt hört man es. Jetzt ist der Getriebeöldruck hochgegangen. Mal hinten hat man es Klacken gehört. Jetzt wieder. Jetzt wieder. Man merkt auch so ein leichtes Ruckeln im ganzen Fahrzeug. Ja, das geht jetzt noch eine Weile so. Dann wird er mir gleich sagen, ah, das war es schon. Klatsch-Learning was successful. Bestätige ich jetzt. Jetzt lese ich nochmal die Touchpoints aus. Hat sich nichts geändert. Sind alle bei Null. Und somit ist alles gut. Fahrzeug kann ausgeliefert werden. Das war's. Okay. Vielen Dank.